Willkommen zurück, liebe Leute, zu den Einschlafen auf Seine. Falls ich scheiße Ding sollte, vom Sound her, oder was weiß ich, dann liegt das daran, dass ich kein komisches Soundproblem hatte. OBS dachte so, ja, ich nehme dein Mikrofon an, aktiviere es, und dann nehme ich es nicht mehr an. Hä? Und ich so, äh, und das Ding so, äh, und dann habe ich ein bisschen rumgeschickt und rumgetan, und ich dachte mir so, äh, und dann, äh, und dann, äh, und dann, äh, und dann, ach, ich habe doch keine Ahnung, lasst mich doch alle in Ruhe. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Äh, ich gehe hier rein, hallo, was war hier? Oh, da war das, schuld, 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 schuld. Ich wollte eh schauen, wie viele Skuldes habe ich jetzt? Äh, 15, nice. Ich habe aber null Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Denn... Ich bin ein Profi in diesem Spiel und habe 100% Ahnung, wo ich hin muss. Nein, natürlich nicht. Wir werden uns umschauen. Und ich schätze mal, wir müssten... Ja, okay, ich habe... Pflanzentempel, genau. Das war ja mein Pokémon! Äh, der Waldtempel gemacht, der Feuertempel, und dann bleibt doch nur noch ein einziger Tempel übrig. Na? Na? Ein einziger Tempel bleibt übrig. Na? Hallo? Ich habe ein halbes Jahr Schaden, halbe ich mal. Ja, na gut, ne? Let's... Let's have a... Let's have a spieldi. Ich weiß noch nicht, welches... Was wollen wir hier spielen? Das da, da. Du, 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 du! Ups. Upsi! Aber mein fecker fetter Knüdel-Daumen mal wieder zu schnell für das Spiel. oder für mein Hirn und was weiß ich Hallo Sup girl You have big old titties Hallo mein Sitter Max, deine Wundenhallen Oh, okay, ups Ich sterbe Max wurde das Hirn genommen Er ist nun eine wandelnde leiblose Seele Naja, eigentlich nur ein Leib der wandelt ohne Seele Seelen ohne Leib Nicht eine leiblose Seele, dann wäre ich ein Geist oder eine Seele, die rum Keine Ahnung Oh, hallo Brony Was könnte das da nur sein? Hmm Das könnte mir nicht egaler sein Hahaha Denn ich werde das Biergeräusch werden niemals holen Nope Und Let's go Nice Dafür hat es gelohnt, sich heilen zu lassen Nice Und auch keine Lava-Klumpen mehr, die mir auf den Kopf fallen können Ich habe mir so weh getan So Schmerzen Bereitet Aber Haben sie doch gar nicht Ich bin ein schlechter Lügner Oh mein Gott Was tue ich hier nur Hilfe Hilfe, Hilfe, oh yeah Wir rennen jetzt erstmal hier runter Und dann Helfen wir einen Look in Erlu Zoraflu Landschaft Nice Knack Richtig gut mache ich das Nice Der gibt mir natürlich kein Herz Und das Herz da da hinten habe ich immer noch nicht Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich hinkomme Ihr müsst das mir sagen Ihr, ihr, niemand Nur ihr Äh, was? Ich bin doch dumm Und stink Nach Kuh Ich dachte Ich Gebe endlich Ruhe Ich liebe das Ähm Ja Jetzt ist es mal Lucha Oh ja Ihr dürftet mir übrigens vorschlagen Welches Zelda Ich nach diesem hier Äh Vielleicht aufnehmen soll Ob Wind Waker Oder Majora's Mask Oder Wind Waker Oder Twilight Princess Oder Wind Waker Oder A Link to the Past Oder Wind Waker Oder Die Game Boy Teile Oder Wind Waker Oder Wind Waker Oder Wind Waker Nein, nein Manipulation bei mir niemals Ne Ah, let's go Es ist schön ruhig Und ich kann euch voll reden Ihr seid Gefangen in meinem Gelaber Weil ich es kann Und ihr gefangen seid Nice Ach Link Du alte Pampelmuse Link Ja Der Hantelfuß Link Er stinkt Ein Kind Und ich Träme mich hier einmal durch Oder auch nicht Aber Ist relativ gut Dass ich das so gemacht habe Denn Auch wenn ich alles voll habe Aber ich war so oft Keine Ahnung Ich muss das machen Ähm Ich habe jetzt wahrscheinlich Wieder volle Pfeile Ja Na geil, ne Fuuu Nice Oh, schade Ich wollte Ich dachte Es springt da Und ich kann ihm direkt Auf die Bierse kloppen Puh, puh Puh Nächst Ich komme ja auch nie hin Weil ich die Federgleitsch Die, wo ich habe Ich merke übrigens Dass dieser Dieser Part Super interessant ist Ich rede Und rede Und rede Aber Es passiert Einfach Nichts Ja Ich könnte mit Bomben Sprung hinkommen Ich könnte nochmal Ich hätte schon Bock Ich probiere nochmal Komm Let's go Ne Wir probieren nicht Weil ich da nicht Hinkomme Aber bevor ich Mir hole mit den Kleidstiefeln Federstiefeln Was weiß ich Stiefeln Ich glaube Kleidstiefel Heißen sie Bevor ich mit denen Probiere Werde ich Definitiv Versuche Den Mom Jump Hinzukriegen Warum nicht Oh Es schneit It's snowing It's snowing On Mon Fuji Oh yeah Wer besteht Diese Anspielung Niemand Hahaha Lipp Er müsste doch Aber aufhinkommen Oder Rein Theoretisch Na Okay Auch Bomben Jump Aber ich könnte Die gleich probieren Hahaha Ist ja nicht schlimm Das nicht klappt Dann habt ihr Spannendes gesehen Na Ich bin nicht Gesprungen Aber ich Habt ihr gesehen Wie weit ich gekommen bin Und nur Dass er runtergesprungen Ist Ich hätte Hinkommen können Ja Ne Aber jetzt Mal hier Ich bin toll Und jetzt Die Dazu Also Auch Hehehehe ATLIP HOCH Nice Nice! Fum! Aber warum schna... Es ist ein All-Paredis! Lass uns nämlich schlecht schon laufen! Nice! Aber! Natürlich! Müssen wir hier lang... Müssen... Haben wir? Moment! Äh... Moment! Haben wir nicht, ne? Aber... Hier ist Eis! Da können wir nix machen! Na gut, dann gehen wir erstmal hoch! Sag mal den König mal Hallo! Yo König! König Dude! Königlicher König Mann! Mann König König Frau! Hallo König Mann Mann König! Der König ist eingefroren! Na egal! Gehen wir weiter! Sag mal Chabu Chabu! Chab Cham Mostur! Chabcharme Chabijam! Chabcharme Chabchab.. Und ich frier nicht ein... Oh, hier ist wieder Wasser. Das Wasser ist aber nicht ordentlich eingefroren. Oh, das ist gar nicht eingefroren. Oh, hab ich geschneitzt. Oh, Chavo. Chavo. Oh, Chavo ist weg. Aber hier ist eine Eisfläche. Da war Chavo. Ist das Chavo? Nein, das ist das Eiszeug. Ist das klein. No, 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 no. Ich hasse dieses Spiel. Du tauchst ernsthaft gerade in Eiswasser unter. Nein, du bist der dümmste Hund ever. Okay, merken. Erstmal Pfeil und Bogen zücken. Dann. Diese Pissnake dahinten. Die Lücke anziehen, weil sie nicht rauskommen. Nice. Okay, 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 okay. I got this. I got this. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Das ist ein Herzteil. Das holt es mir. Link, du dummes Kackvieh. Halt dich doch fest. Ah, nice. Er kann sich festhalten. Er kann sich einfach hochziehen. Ist das geil. Wie nur ungeil ist eigentlich, dass ich hier... Nice. Nice, Leute. Ich hab's toll. Du hast zwei Invited in Gehörtskunde. Nice. Äh, na, oh. Er kann sich auch einfach wahrscheinlich hier hochziehen, oder? Oder auch nicht. Shit. Hätte weiter funktioniert. Ah, 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 erwischt. Erwischt-Spiel. Nein. Nein. No, 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 no-no, no. Puh. Hallo. Hallo. Oh Gott, Alter. Wallab. Die Eishail. Aber, die schauen wir uns im nächsten Mal an, wenn es wieder heißt, der desktop Zelda. Bis dahin. Tschüss.